Ich glaube immer, dass die Leute alle schon wissen, was die Marianne Strauss Stiftung macht. Deshalb sage ich immer wenig drüber, aber eigentlich ist es doch nicht so, weil es eigentlich gibt es nicht ganz zu wissen. Ich sage es ganz einfach, es haben sich viele Menschen an meinen Vater gewandt, als Ministerpräsident und den Zeiten davor. Und alles, was Soziales war, wo man sich darum kümmern musste, landete auf dem Schreibtisch meiner Mutter, die das auch gerne machte. Sie hätte selber gerne irgendwo Karriere gemacht, aber mit jemanden der Seite ging es einfach nicht. Und so war sie, ja, der inoffizielle Beruf. Man hat das Wunder, das kriegt der Freistaat immer mit, ohne Gehalt. Die fährt dann wohin, die eröffnet Altenheim, die geht zu, verabschiedet den Sonnenzug, die macht die unterschiedlichsten Veranstaltungen. In den Jahren vor meiner Mutter war es oftmals so, dass es eher repräsentativ war. Da hatten wir eben an Weihnachten einmal ein Altenheim besucht und das war die Tätigkeit. Meine Mutter hat es anders gemacht. Sie war also in der Caritas aktiv, in der Multiple Sklerose Stiftung. Sie war Stiftung Fennigparad in diversen Aufsichtsräten, Stiftungsräten. Und viele Leute haben meine Mutter angeschrieben und gesagt, wenn sie Not hatten, der große Strauß kann doch helfen. Ja, das landete bei meiner Mutter und dann, also 84, am 22. Juli, nachdem ich natürlich verunglückt war, war die Frage ganz erstmal praktisch. Geht das überhaupt weiter oder geht es nicht weiter? Alle aufgerichteten sich zunächst an meine Schwester, weil klar war, die würde meinen Vater von da an begleiten. Aber begleiten, plus Ehe, plus Studium, plus, also das auch noch, das war ganz klar, es ging nicht. So wurde die Mayer der Straußstiftung begründet. Die Welke, meine Kollegin im Vorstand, Eke-Kräfen-Küttler, toll, dass du da bist. Vor 31 Jahren haben wir uns in die Hand genommen und seitdem marschieren wir zusammen in unserem Stiftungsrat gemeinsam, haben die Stiftung aufgebaut. Im letzten Jahr haben wir 1.500 Fälle gearbeitet, 1.100 Fälle unterstützt. Gesamtsumme 800.000 Euro. Wir erhalten keine staatlichen Gelder, sind aber stolz und froh, dass wir eine Kooperation mit Sternstunden vom Bayerischen Rundfunk haben. Also wenn jemand Sternstunden anschreibt oder den Bayerischen Rundfunk anschreibt und sagt, ich habe ein krankes Kind gesammelt, doch für kranke Kinder, dann landet das bei der Mayer der Straußstiftung. Wir erhalten dafür die Gelder vom Bayerischen Rundfunk und Sternstunden. Genauer gesagt, auf der anderen Seite tragen wir die gesamten Verwaltungskosten. Verwaltungskosten kann die Stiftung auch deswegen tragen, weil sie in den letzten 30 Jahren eigenes Vermögen aufgebaut hat, aus dem heraus sie die Verwaltungskosten tragen kann, sodass eingehende Spenden eben zu 100 Prozent an die Fälle gehen. Also wir ziehen von den Spendengeldern des heutigen Abends für Verwaltungskosten der Stiftung, die einfach da sind. Wir haben ein Büro, wir haben Mitarbeiter, müssen wir nichts abziehen. Und wenn wir erleben, dass andere Stiftungen jetzt teilweise zugesperrt werden, weil sie einfach aufgrund ihrer Größe am Anleihemarkt nicht mehr wirtschaften können, was sie bräuchten, um überhaupt den Wirtschaftsprüfer zahlen zu können, der ihren Jahresabschluss macht, dann weiß man, dass wir doch in den letzten Jahren einen ganz guten Aufbau geleistet haben. Wenn sie also richtig Aussagenfälle wissen, wo man unterstützen müsste, ist keine Einbahnstraße, sondern wir werden auch von Spendern angeschrieben, die dann einen Fall in der Nachbarschaft, in der Schule oder sonst haben, und sagen, könnte da nicht helfen. Neueste Themen sind die ganze Thematik Asylanten. Also wir dürfen uns ja auch nicht versperren. Die Tatsache, dass eben jetzt mittlerweile ja überall in den Schwarzen München sichtbar ist, dass die Asylanten immer mehr werden. Die haben oft nur das am Leib, was sie tragen. Neue Fragestellungen an unsere Stiftung. Es ist zwar ein Hilfsfall in Bayern, aber es ist ein bayerischer Hilfsfall. Also es kommen immer wieder Fragestellungen auf uns zu. Und wir dürfen alle die Augen nicht verschließen, dass es uns alle letztlich im Verhältnis zu diesen Herrschaften, zu diesen Leuten sehr, sehr gut geht. Jetzt komme ich aber... Jetzt wird es aber schon bereits geendet haben, denn ich bin das einzige Hindernis zwischen Ihnen und den Künstlern des heutigen Abends. Also ich habe die Freude gehabt, uns hier alle Werte kennenlernen zu dürfen. Und Herrn Oleg Taschenkopf und habe ein wunderbares Gespräch gerade geführt. Ein Teil meiner Familie fehlt, auch deswegen, weil meine Nichte Marianne, Marianne Strauss, heute in der Staatsoper in Genocchio singt, zusammen mit dem Sohn des heutigen Pianisten. Also eine künstlerische Familie ist also nicht direkt. Es war ein ungeheuer schneller Kontakt da. Das hat mich sehr gefreut. Herr Taschenkopf wird uns auch erfreuen als Pianist heute, weil natürlich zur Erholung noch als Sängerin zwei, wenn Sie sich genau anschauen, ein Schubert, ein Chopin eingeplant ist, nachdem ich als hoffnungsloser Amateur, Herr Börspieler, wieder lieber mehr freue, als ob Sie gesagt haben. Ich freue mich sehr darüber und wünsche jetzt einen wunderbaren Abend. Herzlichen Dank, dass Ihr gekommen seid, dass Sie gekommen sind. Diejenigen, die zu spät kommen, werden während des Applauses runtergehen. Da stören uns alle nichts und wir freuen uns alle auf einen wunderbaren Abend. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.